Hallo und herzlich Willkommen zu einer kleinen entspannten Runde Golfit. Wir sind diesmal zu zweit. Was heißt diesmal? Zum ersten Mal zu zweit und zum ersten Mal... Nein, Moment. Zur Premiere sind wir zum ersten Mal zu zweit. Collision ist übrigens an. Ja, es ist ein bisschen... Hallo, hier ist Ishita übrigens auch. Am Anfang ist es ein bisschen... Warum sind wir zu zweit? Weil es so ist. Weil die anderen das noch nicht haben, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht. Also sagen wir so, wenn du die Maus nach hinten ziehst und dann schlägst, dann kommt es auch ein bisschen weiter. Das mache ich, aber ich muss auch mit genügend Schwung schlagen. Und wenn du einen Schlag abbrechen möchtest, dann musst du mit einem auf die rechte Maustaste klicken. Ja! Ich hasse dich, weißt du das? Ich weiß. Aber die Musik ist toll. Ja, ne? Nein! Eine ganz entspannte Runde. Nein! 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 Ich mag dieses Loch nicht. Dann vorzogst du das andere? Ja, bitteschön. Danke! Verdammt! Äh, ich hasse es. Nein! Nein! Fick dich! Übrigens, mit V kannst du fliegen. Ach ja, springen, ne? Fliegen! Mit V? Nein! Hä? Was hab ich denn jetzt gemacht? Hä? Bist du auf F gekommen? Ja. Hi. Dadurch kriegt man dann zwei extra Punkte. Durch was? Also wenn man auf F drückt, wird man zum Schlag davor zurückgesetzt und bekommt zwei Strafpunkte. Und wenn man R drückt, dann bekommt man einen Strafpunkt und kommt dann zum Start zurück. Wenn man auf V drückt, über der Space-Taste, kann man fliegen. Mit WASD. Ähm. Überforderung. Ist das wunderbar? Nee, ich konnte grad irgendwie nichts machen. Ich kann nicht fliegen auf V. Nicht? Da passiert nichts. Dann solltest du normalerweise irgendwie eine andere, zumindest eine andere Kamera-Perspektive haben. Also Standard-Taste. Ja. Options. Wie? 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 Ich werde dieses Loch niemals erreichen. Ich werde niemals ins heimeliege Loch kommen können. Stopp! Oh Gott, das ist so hell! Du strahlst. Ich bin kerngesund. Wenn du was sagst... Hm, sage ich. Fick dich! Nein! Du dich auch! Okay. Oh, hätte ich mal ein bisschen mehr Schwung genommen! Ja, da wäre sogar noch reingekommen. Ich hätte aber nicht damit gerechnet. Habe ich mir schon auf was gedacht. So, dann noch mit mehreren mit den beiden Jungs, dann wird es richtig witzig. Oh, dieses Loch hasse ich. Auch. Läuft. Läuft. Ich auch. Ich habe es nicht erreicht. Nein, 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 runter nicht mehr. Nein, nein! Runter! 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 Nein. Sehr schön. Na? Also ich bin zwar schlecht, aber auch hier hab ich was. Oh! So, ich bin schon mal oben drauf. Immerhin. Wenn der jetzt rausgegangen werden würde, ich hätte hier alles kurz und klein geschlagen nach der The Forest Aufnahme. Dann wäre es Essen geflogen. Essen soll nicht fliegen. Schweben? Komm, Francesco. Schlag mich. Schlag mich hart. Nein! Ich hasse alles. Ich hasse Gott und ich hasse die Welt. Ich hab dich geschlagen. Okay. Ich liebe das Spiel. Nein! Nein! Oh, das war schön. Ernsthaft? Ja! Genauso wie ich beim ersten Mal. Nein! Wie geht's gut. Und weißt du jetzt, warum ich mir gedacht hab, dass wir Fehler so regelmäßig für unsere Kanäle machen könnten? Ah, weil es einfach schlimm ist. Genau deswegen. Erstens ist das und zweitens, weil es richtig viel Vielfalt an Maps gibt. Und dadurch halt auch nicht nur ein kurzzeitiges Projekt sein kann, sondern auch ein längerfristiges. Einfach runterdroppen. Ja, ich schau mir gerade die Karte an. Hab ich mir schon fast gedacht. Ah, nicht perfekt. Verdammt! Wow! Ja! Wow! Der Skill entwickelt sich. Oh. Schade. Ohoho! Oh, guck mal, das ist das... Nein! Okay. 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 Okay! Sanft! Bitte! Okay! Ohohoho! Nein! 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 Ich will das jetzt schaffen, und wenn ich da alle Stege drauf verbrauche, ist mir das auch egal! Das Spiel ist einfach super! Vielleicht aber auch nicht! Hä? Oh! Ich brauche mehr Pflege! Kann ich einrichten! AHHHHH! Nein! 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 Oh! 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 Ich komme, Schatzi! Oder auch nicht! Danke für die Vorwarnung! Nein! Bist du ins Wasser? Bist du ins Wasser? Nee! Ich bin... Ich bin übers doch überall wieder zurück! Nicht schon wieder! Oh! Oh! Da will ich mich eigentlich jetzt verarschen! Ich habe den selben Schlag drei Mal dann hintereinander gemacht! Oh! Toll! Ein Schlag für nichts! Oh! 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 sagt ja endlich im loch ja das hast du dir schon immer erträumt noch genau bleibt drauf bleibt stehen sei ein ball bleibt stehen so mit wieviel schlägen 13 12 das war nicht verabschiedet aber super das ist ein merkwürmeres zugrufe roll 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 Roll. Wow. Fick dich. Okay. Spiel, also. Escape. Escape. Okay. Escape. How to play. Hallo? How to play. Score. Tap. Light. Ich hab keinen Springen. Ich auch nicht. So. Fuck it. Fick dich doch. Willst du mal? Wow. Ich glaub, ich bin zu weit. Das geht zu weit. Es geht. Hier ist eine Abkürzung einprogrammiert. Ich will diese Abkürzung nehmen. Ich bin so gut. Und sonst so? Und sonst eigentlich ganz gut. Und bei dir? Ja, also. Na, also. Es gibt da so etwas, was ich einfach nicht hinkriege. Aber ansonsten. Also anstatt dass man einfach irgendwie so nach dem dritten, vierten Versuch einfach da außenrum fährt. Dann wäre ich keine Frau, wenn ich nicht so stur wäre. Okay. Ah. Yay. Wow. So geht's. Bin ich episch? Auf jeden Fall. Nein. 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 Ich bin übrigens drin. Gut zu wissen. Ich auch. Ich sehe ihn da nur in der Ecke einmal wegfliegen. Ich versuche mal auf ein anderes Lach zu gehen. Sag mal, was machst du da? Du musst da auf die andere Seite, geradeaus durch. Ah, wieder zu stark. Nee, 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 warte. Doch nicht. Ah, wieder zu stark. Egal. Was? Alles gut. Ach ja, übrigens ist da noch ein Hügel vorher. Ja. Danke, das weiß ich jetzt auch. Kein Problem, ich helfe gern. Von dem Gerücht habe ich schon gehört. Hey, jetzt weißt du, wer es in die Welt belästert. Nein! Ah! Ja! Wow! Und bei dir so? Also, war jetzt nicht schlecht, ne? Aber gut, war es auch nicht. Wenn du was sagst. Oh, oh! Hilfe! Das war ein bisschen zu stark. Hallo. Hi. Hi. Ich hatte gehofft, er springt hoch. Er sollte doch springen. Ich hatte gehofft, er springt hoch. Ja, Francesco, wir sehen uns dann im nächsten Loch wieder. Okay, ich warte dann im nächsten Loch auf dich. Wow. Warst du grad mit Absicht? Nein. Ich bin dann so dumm. Und das Blonde kommt durch. Ich glaube, ich bin die frauenfeindlichste in unserer Gruppe aus Männern. Das ist gut möglich. Glückwunsch. Ich glaube, ich bin die frauenfeindlichste in der letzten ETS-Spy-Aufnahme, da hat Jan wirklich eine gute Konkurrenz gemacht. Oh! 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 Danke, YouTube! Danke! Das hat YouTube immer zu tun. Wow. Ich danke YouTube immer für herausragende Leistungen. Platsch! Bleib stehen! Hör auf! Wow! Francesco, das ist zu viel Kraft, du musst sanfter vorgehen. So wie ich! Das war zu viel Kraft, du musst sanfter vorgehen. Also ich denke zumindest, du bist ein Mann. Eine Frau sagt, du musst sanfter vorgehen und stecken auch zu stark. Verdammt! Ich hoffe, ich habe das mit zwölf geschafft. Nein! Komm schon, Francesco. Sanft! Sanft und mit Gefühl! Das war zu sanft. Das war zu sanft. Das war zu sanft. Ich sagte sanft und nicht sensibel. Das war zu sanft. Das war zu sanft und es war zu sanft. Okay, jetzt habe ich an den Filter. Das war zu sanft. Aber ich habe es nicht verstanden. Ist die? Das war zu sanft. meinst du das gerade ehren? ja! warum? das ist ja geil! wollen wir nochmal? ja! ich würde sagen youtube ich würde sagen youtube versichern uns dann gleich oder im nächsten video wieder in der nächsten aufnahme in dem nächsten part der nächsten aufnahme des nächsten projekts ciao youtube! tschüss!